Hallöchen Leute, wir sind wieder bei DUDUDUDUM DUDUDUDUM Und da schießt einer auf mich Doch, ich schieße zurück und das mit einer nicht gerade zimperlichen Waffe Dem Plasma-Gewehr Wenn ich ihn denn mal im Dunkeln hier treffen würde Und was kommt hier zum Vorschein? Mr. Schmeißer Und er springt mich an Also ist sein Doppelname Springer-Schmeißer Schmeißer-Springer Was ist hier? Ich nehme mal vorsichtshalber die Chaingun Denn hier sieht nämlich einer ziemlich tot aus Was verbirgt sich hinter dieser Ecke? Oh mein Gott, Texas Chainsaw Massacre Nicht mit mir, Kollege Ich würde mal sagen, das hat sich für dich erledigt Aber ich höre Geräusche von hier Irgendwas Schlammiges und Schleifendes Let's go investigate Ob es eine kluge Idee wäre, hier runter zu springen? Ich kann es ja mal versuchen, aber ich weiß nicht, wer an Ob mein Vorhaben Früchte tragen wird Ah, wir haben mal seit langer Zeit wieder ein Lag Egal Also kein Nein, das hat sich natürlich nicht gelohnt Und weh, ich komme jetzt hier nicht mehr raus Ah, ich komme doch raus, gut Chaingun am Anschlag Und hier durchgesteppt Was ist das? Cells, Medikit Blub Jo, hier unten liegt alles noch Klank Ich höre doch schon wieder Pinky Nicht mit mir, Kollege Zumindest heute nicht Montags und Dienstags darf man gerne das mit mir machen Aber heute nicht Wo ist das? Das ist das, was ich suche Das Plasma Gewehr System mal Function Das höre ich nicht gerne Also laufen wir falsch, oder was? Das kann doch nicht sein Da ich mich ja so Wieder so gut erinnern kann Was ich beim letzten Mal getan habe Werde ich das jetzt erkunden Was ist das? Open Locked Warum da stand Open Locked? Ich habe keine Ahnung Ich will das eigentlich auch gar nicht wissen Für mich ist das jedenfalls kaum etwas falsch Da unten brodelt die Hölle wieder So, ist das Ding jetzt hier offen? Nein! Natürlich nicht Welch Freude Also müssen wir uns einen anderen Weg suchen Mit unseren Fists of Fury Oh nein, ich nehme mir mal vor Jetzt habe ich die Schrohrflinte Nein Die Fingern Nein Die Handgrenades Nein Das Ding hier sieht doch sehr entsprechend aus Waren wir hier nicht schon mal? Kann gut möglich sein Ich erinnere mich jedenfalls nicht Lower Lift Hier kann man auf jeden Fall etwas lower Das wollen die aber nicht Ich brauche ihn einfach mal hier runter Mal sehen, was uns unten erwartet Das sieht ja genauso beschissen als hier oben Oh je Manchmal wünscht man sich, man hätte seine Kollegin so viel wieder hier Ja toll, du Das ist mir auch schon aufgefallen, dass das Ding kaputt ist Tja, was machen wir also Umherirren Ich denke mal Wir könnten dieses Liftgerät hier nochmal nutzen Um nochmal weiterzukommen Ich wüsste jetzt echt nicht, wo wir landzuhören Hier habe ich ein Area unlocked Das ist schön Aber ich weiß nicht genau, was ich damit bezweckt habe Also was ich damit angelockt habe Weißt du es? Nein? Okay Das hast du nun davon So Was ist denn hier? War ich hier nicht schon mal? Ich war hier gerade eben da, aber Ich will mich nochmal vergewissern, dass ich hier nichts vergessen habe Das Kackding hier geht nicht auf Da rastet ich aus Egal Dann denke ich mal, dass wir unseren Weg mit dem Liftdingens da weiter hin fortsetzen müssen Also nähern wir uns dem mal wieder So, hier ging es hier lang? Nein Nein Jetzt weiß ich nicht mehr, wenn wir irgendwas rausging Ah Come on Du hast zu laggen, du Lappen So Oh Ein paar Wams schauen So Ich denke mal, wir gehen hier weiter Genau Hier bei diesem eglichen Zeug, da waren wir ja noch gar nicht Na dann Let's go investigate Ich höre einen Bösterartigen Dämon Ich dachte, das Ding habe ich von mir geholt Wer hältst du denn aus, Mann? Hau mal ab, oder? Hier ist was aufgegangen Glaube ich zumindest Oh Was ist das denn? Ich würde es am liebsten gar nicht wissen, aber ich probiere das einfach mal aus Was auch immer Oh, was ist das denn? Der Sacker-Modus hier? Oder sowas? Kommt ne Eppes ab Bam, bam In die Fresse Bam Alle mal näher hier Spürt die Schmerzen der Toten Du auch Der Typ hört sich an, als würde man ihm Schwefelsäure auf die Eier kippen, aber egal Ich sollte aber noch nicht mal rumrennen Wenn du mir mein Leben hier wüsst Das war auf jeden Fall gerade cool Was auch immer das war Aber das war cool Das war Nur noch abgefuckt als eben Wow Das war interessant Und das ist nicht interessant Denn das ist ein toter Zombie Mit einer Kettensäge Hier steht schon wieder Um was rum, was ich nicht sehen will Und zwar A Und Fässer Ach, nicht schon wieder ein Airlock, oder? Aber na gut Wir gehen durch Pressure equalized Dann equalize mal den Pressure hier auch Und Tiefluft Dann Durch das Längen Ist die Luft noch viel schlechter Oh Gott Sich in seinen Charakter hinein zu versetzen ist nicht gerade einfach Zumindest nicht immer Gut, wir sind im Central Communications Tower Der Central Communications Tower Ist der Primark Link For off Ach, fick dich doch Ja Klick zu cycle Airlock Okay, das leckt heute ganz schön dolle Ich denke mal Das sollte ich mal Berücksichtigen Beim nächsten Mal Gut, gut Dann weiß ich alles, was ich zu tun Was? Holy Oida Das war eben echt gerade nicht angenehm Security Armour Und da unten geht's runter anscheinend Was erwartet mich? Hm Amor Schatz und Noch so ein Zeug Ist da wer? Ja Ein Dämon ist da Aber Ich denke mal Den besuchen wir auf andere Art und Weise Ja genau Ja genau Und der da auch Ach wie schön, dass die nicht durch diese Löcher krabbeln können Zumindest weiß ich davon nix Klatsch Um mir klatscht das Ding Da liegt die Nerven blank von dem Was ist das denn hier? Muss das hier stehen? Oh mein Gott Was ist hier los? Ist da wer? Die Ruhe kann trügerisch sein Deshalb werde ich mich jetzt mit meiner Schrot Och Gott Noch so ein Rotzer Schmal Rotzer In die Fresse zum Teil Beim nächsten Mal sägt das hier aber nicht, ne? Gott, das Lake braucht heute wieder aber Ah Communications Bitte Ich höre was Au Au Was war das gerade? Das habe ich ja wohl nicht gehört Tja, Bitch Das passiert, wenn man sich mit Marco auf Borsi anlegt Bäh Wow Ja Da Yep Guter Merksatz Jetzt müsste mir ein guter Merksatz einfallen Damit ich einen guten Merksatz sagen kann Ohne Taschenlampe Gehst du bitte nicht über diese Schranke Und Ich habe Angst vor dir Weil du bist hässlich Und vor allem Fuckface muss man Angst haben Auch wenn du lagst Ich muss echt mal ICQ und Skype und den ganzen Ramsch ausmachen Wenn ich anfange Hinter mir Mr. Schmeißer ist nicht weggekommen Aber wer weiß, vielleicht kommt da noch was weit Ich werde es mir ansehen Haben wir mit einer anderen Waffe bitte Nö, das sieht gut aus Ey, das sieht sogar recht freundlich aus draußen Deine Mutter Ja, ja Ich höre schon wieder Schüsse Ich weiß, wo diese Schüsse herkommen Von ihm hier Von dem da Ah Oh Tot als weh Das tat noch viel mehr weh Ich dachte hier ist ein Maintenance Oder sowas Da dürften doch eigentlich gar keine Untoten sein in der Verwaltung All die Bürohengste hier Ja, du bist gemeint Scheiß Bürohengst Oh mein Gott Das war gerade Skype Ich bin echt froh, wenn diese Folge hier vorbei ist Weil das laggt echt dermaßen Das muss ich echt mal ausschalten Bevor ich wieder weiter aufnehme UAC Communications log Moral Access log Hey, das haben wir aufgemacht Mr. Dämon Hat Fallen aufs Maul bekommen Mr. Untoter Toter Toter Untoter Du hast Fallen ins Gesicht bekommen Ein klassischer Fall von In your face, bitch Und Da haben wir sogar noch ein weiteres Clip abgestaubt Ich weiß nicht, wo zur Hölle das hergekommen ist Aber das ist mir auch relativ egal Denn wir haben hier was Schönes Nämlich eine Health Station Die werde ich auch gleich mal benutzen Und zwar ausnutzen Und da unten ist etwas Das waren doch wieder diese zwei Spezialisten von Von vorhin Was? Wo? Wieso? Was? Hä? Wo? Du, Kollege Ach, da hat das eine Schrofflinter Aber du hast eine Pistole, oder? Ich seh dich nicht, ich seh dich nicht, ich seh dich nicht Ich probiere dich jetzt einfach mal auf die Blut abzuschießen Habe ich's geschafft? Ich hab's ja gut geschafft Boah, das ist irgendwas in der Hand, oder? Wie so ein, wie so ein, äh, Polizeischild Aber was weiß ich Ich hab ja nichts gesehen, ich bin ja blind Guten Tag Ich spiele das Let's Play ja auch blind Von daher Ah, ich trau wieder mein PDA Wie originell Gut Tja Also da, um mich die Nachrichten noch zu verschicken Ich glaub, das wird recht schwer Tja Marine Delta-System-Computers are showing all off-base communication down It's that fool's Swan, isn't it? You're gonna have to find another way to send that message Make your way to the satellite room and manually establish a link from there Base-Schematics are showing the quickest way through engineering You can't fail, Marine Get that message sent Das machen wir aber wann anders mal, diese Nachrichtsversuch zu senden Deshalb, wir sehen uns auch wieder gleich im nächsten Mal Bis dann